Hallo liebe gruselige Schnitzels und herzlich willkommen zurück zur Little Nightmares Episode 5. Ich hoffe wir sterben heute nicht so oft und dann wollen wir wieder reingehen ins Spiel. Ich hoffe euch geht's gut. Mir geht's auch blendend. Mal gucken. Wir sind von diesem langarmen Klaus-Hurensohn geflüchtet. Ah, davon ist ja ein Wunschung. Davon ist, schon putzen. Und ja. Okay. Hoppa. Ja. Kann ich da rauf? Kann ich rauf? Oh lol, was ist denn da oben? Ein Klavier. Wie geht's, eh? Hoh! Lol. Ach du Scheiße. Wie geht's, du? Ach du, das ist diese Wunschung. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wir brauchen wieder diesen Hebel Oh scheiße Oh scheiße Normal dürfte er uns ja nicht sehen, oder? Oh scheiße Oh Gott Ach du scheiße Ach du scheiße Oh Gott Woah 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 Da oben können wir sprechen Ja 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 Ha Ja Ja Ja, such nur! Ich muss da hoch, ich muss da hoch, ich war schon richtig. Na ja, geh nur. Lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn. Shhh. Ah, ich weiß schon wie. Wir können sicher den Fernseher einschalten. Ah, ich weiß schon wie. 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 Ah, ich weiß schon. Ah, ich weiß schon wie. Ah, ich weiß schon. Ah, ich weiß schon wie. Ah, ich weiß schon wie. Ah, ich weiß schon wie. Ah, ich weiß schon. Ah, ich weiß schon. Ja? Holy Macaroni! er kommt einfach rein denke all jüdisch kälber sonnenschein und dann frisst er mich in seine rüber ja so lange Ist es kaputt oder ist es nicht kaputt? Ist es nicht kaputt? Ist es nicht kaputt? Ist es nicht kaputt? Ja... Ja, sicher du bist du mich! So, ist es kaputt? Ist es nicht kaputt? Ich kann nichts mehr, ich kann nur was. Komm schon, verpiss dich jetzt! Da muss ich mal kaputt gehen. Da muss ich da hin. Alter! Oh mein Gott. Oh! Alter. Wer? Wer? Alter, guttell. Ah, ah, na? Ihr geilen Finger, ne? Okay. Krass. Der Maul ist nicht geregnet. Hä, jetzt hat er keine Arme mehr. Lang am Klaus-Iss-Geschichte. Ähm... Nice. Nice, nice. Geiler Scheiß. Du, 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 du. Du, 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 du. Okay. Okay. Na gut, liebe Freunde, danke fürs Zugucken bei dieser Episode. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, wenn es heißt Little Nightmares, ich und ein Heidenspaß voller Arme. Haut rein, meine Schnitzels. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kommis. Du, 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 du. Du, 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 du. bei dir. Vielen Dank.